hier hoch oder da hoch ist alles nicht gut es gibt ja auch keine hüllen irgendwie ne irgendwo schon aus weiß ich wo da ist die höhle oder gerade hin ja was auch nur brauner stein wir werden die wieder nach hause finden das ist einfach nur brauner stein ok keine ahnung wohin hier sind auch ganz viele bienen nester da oben da vor unserem baum der brennt auf rücken der brennt auf dem rücken weiß ich doch nicht was machen wir jetzt ich glaube die kommen sowieso schon das macht das scheiß eifer ding schieß marco stirbt nein und jetzt das andere tod kacke ich schlachte dich aus was war das das war ein alpha der hat auf dem rücken geleuchtet immer noch verdammte scheiße der hat aber auf dem rücken geleuchtet wir brauchen gute dinos wir brauchen gute dinos ist so scheiß mist wie hier schau dir ein auge raus warum sterben meine immer ich weiß nicht ok wir laufen zurück wir müssen uns auf die jagd machen nach dinos und er hat auch ja noch was sind hier drinnen was ist das denn gehirn wie noch ein gehirn die tasche rein da ist ein gehirn drin ist der trophäe nehme ich mit hier haben wir noch was ins inventar gescheckt bekommen so ein helm oder so doch da unten warte mal alpha raptor glaube habe ich aber noch das normal ist auch eine trophäe ok gut ich weiß ungefähr wo wir längst müssen ja das gut dann marcus du warst ein treuer gefährte hast zwar viel rumgekackt aber du hast gute sachen getragen wegen dir steht unsere mauer sehr sehr stand sie sehr sehr schnell man man kann kein marcus wiederholen doch nein ja ich brauche gleich auf die waren also ich muss mal ein bisschen noch was entsorgen ich bin ein bisschen schwer ich glaube wir brauchen so eine fette kuh da unten ja aber wenn die haute das nicht tot hier analyse da müsste ich auch auch was weiß ich ob das was wird jetzt stell dir mal hier oben ab stell dir mal abkommt wir sterben wir haben die berge zur verfügung warte mal hier oder hier drüben hätte ich auch hier oben hätte sie abstehen können ja ja da ist die schlange wo da unten aber ist egal welches anschieße das ist egal oder flugsaurier nehme ich mir ja der fliegt weg ich weiß da guck mal lieber mal bei uns da ist es nicht so gefährlich und davon sind auch noch gegner das können wir knicken ja guck mal hier sind überall gegner da drüben ist ein kleiner hier rechts ist auch noch so ein kleiner gewesen im busch was denn für einer ja diese max die wir mal ganz am anfang hatten da die kleinen dinger ja die kleinen Mist die alle schießen die kacke wie viel leben hat er jetzt da kommt er ach den meinst du ich schau den jetzt tot ja ich mein kaputt toll ich will ihn kaputt machen und was ist geht meine Waffe kaputt so weil er hätte nur gestört ja der folgt ja immer noch wer ja soll ich ihn stehen lassen jetzt warte mal hier oben rauf warte mal hier oben rauf ich guck mir das mal an hier ja 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 so sag ich mal stehen lassen tappen stehen lassen naja problem ist da unten ist noch eine scheiß Schlange ich habe das gefühl die kommt die wand hier gleich hoch ja guck mal die schlinge sich doch schon so warte mal schluss auf feile wechseln guck mal ich mach mal mein dino nochmal scharf ich muss sie nur ins visier kriegen hier verdammt ist weg ist sie tot die Schlange ist tot ok moment aber es ach äh bären brauchen wir dann ok zeig dich du misstviech ok ist auch weg was was ich hab zwei jetzt mach dein mach dein Viech jetzt unscharf ja ja ich bin ja so ich schieße jetzt auf den anderen auf den der hier nahe ist ne ja ja wenn der da die die bereit ist er weg dann laufen wir ja äh und meiner ja ich bin bereit du kennst die taste wie er dir folgt also los öh da kommt ja hoch nein hallo oh sünde ey schlaf ein schlaf ein jetzt schlaf boah wie vorbeischieße ah endlich jetzt ja problem ist ich muss da hinten das andere wie ich noch um holen ne 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 ich muss es kaputt schießen das andere wie ich da hinten ja ne ist der aggro der kleine unten achso ich mach meinen Dino wieder scharf ja oder so ja du gehst runter ich gehe auf der Seite hier runter ich kann mich hier ablassen was ist das denn wieso treffe ich den nicht ja jetzt heißt es wieder sammeln ne ich hoffe mal hast du einen Pflanzenfresser denk ich mal ne da haben wir ein kleiner weiblicher Level 8 ok guck mal ob du nur diese Meio Bären reinlegst und dann weil die sollen wo besser für Dinos sein ich hab nur 30 ja das ist doch gut ja das ist doch gut wie Level ist er denn überhaupt 7 8 ist sie boah boah oh oh weiß hier sind auch viele von den kleinen scheiß wie ich an ey ja aber weißen wie das da weggeflogen ist von dir das Zeug wenn wir die haben dann machen wir erstmal zurück die muss erstmal ein bisschen leveln ja 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 willst du beide gleich haben ne ok oder was ist denn die andere für ein Level kannst du mal gucken gehen aua aua alle diese man was die hat mich schon wieder getreten oh da hinten kommt was goldenes runter äh Level 1 da wollen wir die gleich mitmachen da hinten ist noch eine oder ein R das hat einen roten Rücken ich hab fast kein Wasser mehr Level 8 wild, männlicher wär hier was ist oh hier ist grad so ein Vogel gelandet da werden wir bestimmt nur gucken ob's dann gut geht ja wo wo war der andere denn jetzt da in die Richtung wo du guckst andere Richtung links rechts da ja und dann rechts aber da oben bei dem großen Bambutbaum da rechts 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 so ist hm ja wird alles gut wird alles gut ja wird alles gut findest du irgendwas Gutes in den Dingern? wie bitte? ich müsste vorher was trinken gleich auf der einen Seite findest du irgendwas Gutes? äh hier hat diese Nackobeeren äh Para auch der Krippen war früh dem äh ja toll Parasaurus äh 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 was ist das jetzt hier für ein Teil? wie heißt der? Parasaurus Paraceraterium ja ach guck mal da ist ja schon über die Hälfte Paraceterium aber da gibt es ja sogar eine Plattform für den ja das ist gut rüste einen Patienten aus um ihn aufzureiten du kannst auf dieser Plattform Strukturen bauen um mobile Basis zu erstellen oh ja Zement ah Perlen echt aber das geht bei dem rauf? so groß ist er doch jetzt gar nicht aber gut wenn man da was hat warum nicht? so eine Flakkanone bam 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 ja oh oh wir machen hier nichts böses boah mal versuchen ob wir den noch kriegen das ist aber Level 1 ja das ist doch egal oder? dann müssen wir jetzt schnell auf den Berg rauf warte dann stelle ich den anderen wieder ab wo ist er denn hin? da aber ich muss mich beeilen bist du bereit? jetzt ja also ich komme hoch ich stehe schon mal drauf sonst ist er gleich weg ja Mist und da rennst du weg oder? ne jetzt wo ist er hin? ich muss meinen aufpassen hier meiner ist äh ist umgekippt oder? kann er sein? jetzt liegt er ok bei meinem Dino liegt er ja ok ich komme mal rum ja vielleicht können wir ja mal was rausnehmen hier ich habe schon einen rausgenommen ach so hast du schon ok ja außer du hast andere Bären die du reinschmeißen kannst ne bei ne du hast sogar die Bären gesammelt oder nicht? ja die habe ich aber alle da reingetan weil nein nicht die Mayo bei dem anderen gehen auch jetzt die anderen rein die roten oder so oh ich dehydriere ich muss runter ja ich guck kommst du wieder hierher? ja ja sind das ein Mann? ne ich glaube auch weiblich oh nein das ist ein Fisch ein Krokodil was ist das? das ist ein Frosch Frosch? ich glaube ja läbro ich nicht es